Mano-Edo ist das faltbare und transportable Bildschirmlesesystem von Reinecker Vision. Mano-Edo zeigt seine Stärke durch die Kombination aus Haupt- und flexibler Raumkamera, die beide über eine Ultra-HD-Auflösung verfügen und damit für scharfe und kontrastreiche Abbildungen sorgen. Die im Geräterahmen integrierte Raumkamera ist leicht zu bedienen und ermöglicht eine Rundumsicht. Mano-Edo ist so konzipiert, dass Sie durch eine Bildschirmteilung in der Lage sind, Handschriftliches oder Unterlagen zu betrachten und gleichzeitig Vorträge oder Schulunterricht über die Raumkamera mit zu verfolgen. Hierbei zeigt der hochauflösende 12,5 Zoll Touch-Display seine Vorteile. Sie können mit ihm Vergrößerung und Bildausschnitte einfach durch Fingergesten steuern oder gezielt weiterführende Funktionen ausführen. Eine weitere Stärke zeigt das System beim Erfassen gedruckter Texte. Die integrierte Texterkennung und Vorlesefunktion, die auch A4-Seiten vollständig und unverzerrt erfassen kann, wird durch einen einfachen Tastendruck ausgeführt. Erkannte Textpassagen werden gezielt durch Berühren des Bildschirms vorgelesen und wenn gewünscht auch gespeichert. Das Erfassen mehrseitiger Dokumente oder von Bildern ist somit kein Problem. Die vorhandenen Schnittstellen machen das System sehr flexibel, um einen externen Bildschirm oder Ihren heimischen PC mit Mano-Edo zu verbinden. Auch eine Speichererweiterung durch eine Speicherkarte ist vorbereitet. Bedienen Sie Mano-Edo über die deutlich fühlbaren Knöpfe und Drehregler, um Vergrößerung gezielt zu steuern, Fehlfarbendarstellung zu wählen und über den Joystick in der Mitte den vergrößerten Bildausschnitt kontrolliert zu verschieben. Selbstverständlich können Sie auch ergänzende Funktionen wie Zeilenlineal und Zeilenabdeckung aktivieren und ebenfalls über den Joystick steuern. Eine wesentliche Erweiterung für Mano-Edo ist der separat erhältliche Bildschirm, der ohne zusätzlichen Stromanschluss auskommt. Der zweite Bildschirm lässt sich für die Raumkamera oder die Dokumentkamera verwenden. Über das Touch-Display können Sie zur gewünschten Kamera wechseln und Änderung in der Ansicht vornehmen. Mano-Edo ist das transportable Bildschirmlesesystem, das Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität für Bildungsbereich und Beruf bietet. Die kompakte Bauweise, die leicht verständliche Bedienung und die hochauflösende Aufnahmequalität mit integrierter Raumkamera machen dieses System zu einem wertvollen Helfer bei Sehbehinderung. Mano-Edo, das flexible transportable Bildschirmlesesystem von Reinecker Vision.